Du möchtest Teil der TechTracks HD Community sein und dich mit Leuten austauschen, die sich auch für Multimedia, Gaming und IT-Technik interessieren? Vielleicht hast du auch ein paar Fragen oder möchtest einen Videovorschlag machen? Dann solltest du dir unseren Discord-Server mal genauer anschauen. Dort findest du eine Vielzahl an Menschen, die Teil der TechTracks HD Community sind, aber auch Bereiche für Tipps und Tricks. Den Link zu unserem Discord-Server findest du unten in der Videobeschreibung. Ihr wisst ja, aktuell teste ich den LG B3 OLED TV, den Einsteiger OLED TV des Herstellers LG für das Jahr 2023. Und jetzt ist mir während des Testes des TVs so einiges aufgefallen, wo ich sagen muss, ich bin schon etwas irritiert. Und da möchte ich mit euch jetzt hier in diesem Video mal drüber sprechen. Wenn euch das gefällt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, lehnt euch zurück und ich lege los. Das Erste, worüber ich mit euch sprechen möchte, ist das verbaute Panel. Wenn wir uns an mein Tech-Impression-Video erinnern, habe ich ja dort gesagt, dass der LG B3 ein OLED-X-Panel verwendet. Dieses habe ich gesagt auf Basis des Wissens, dass der Panel-Hersteller LG Display seit Oktober 2022 ausschließlich OLED-X und Micro-Lens-Array OLED produziert. Und dementsprechend bin ich einfach davon ausgegangen, dass der LG B3 aufgrund dessen, dass er aus dem Jahr 2023 kommt, jetzt auch auf OLED-X setzen muss als Minimum. Jetzt bin ich in den tieferen Test des LG B3s reingegangen und wenn ich ein OLED-TV anfange zu testen, beginne ich damit, einen großen manuellen Pixel-Refresh durchzuführen. So dass der Fernseher ein wenig eingefahren ist, so dass ich bessere Messwerte zum Beispiel für den Near Black Details bekomme und so weiter. Und da ist mir aufgefallen, dass diese Pixel-Reinigung sich etwas anders verhält, als es für ein OLED-X-Panel eigentlich üblich wäre. Beim OLED-X-Panel ist es nämlich so, wenn dort eine große Pixel-Reinigung durchgeführt wird, dass diese mindestens 10 Minuten, maximal 15 Minuten da braucht, bis sie komplett das Panel refreshed hat. Und das habe ich bei meinem LG B3 angenommen, habe die Pixel-Reinigung gestartet, nach 15 Minuten habe ich ihn wieder eingeschaltet und da sagte er mir, die Pixel-Reinigung sei nicht abgeschlossen. Das hat mich schon ein bisschen irritiert. Auf jeden Fall meinte er, ich müsste die Pixel-Reinigung neu starten. Dann habe ich diese neu gestartet und habe so lange gewartet, bis er dann definitiv damit fertig war und sich selbst neu gestartet hat. Und das hat ganze 60 Minuten gedauert. Und das ist auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass der LG B3 kein OLED-X verwendet, sondern hier dementsprechend ein älteres Panel verwendet. Entweder WBC oder WBE, das klassische Wasserstoff-Panel oder das Deuterium-Evo-Panel. Um das so weiter zu validieren, habe ich natürlich dann den Sicht-Test gemacht und habe geschaut, welche Färbung haben wir hier. Da geht er ins Rötliche und dementsprechend kann man da schon von ausgehen, okay, es wird wohl ein Deuterium-Panel sein, also Richtung Evo-Panel. Auf jeden Fall hat das mir nicht ausgereicht und ich bin dann in die Subpixel-Strukturanalyse gegangen und habe mir das angeschaut, wie sehen die Subpixel aus. Und da ist mir auf jeden Fall klar aufgefallen, dass die Subpixel komplett anders aussehen als beim OLED-X-Panel. Verglichen habe ich dies mit einem G2, der ein OLED-X-Panel verwendet. Und dann habe ich geschaut, wie sieht dies denn aus bei einem WBE-Panel mit einem AG-G1. Und da ist mir aufgefallen, dass die Subpixel-Struktur meines B3s identisch ist mit jenes eines AG-G1 aus 2021, der ein WBE-Evo-Panel verwendet. Und dementsprechend können wir davon ausgehen, bzw. ist es klar, dass mein AG-B3 hier ein WBE-Evo-Panel verwendet. Was bedeutet das jetzt für den AG-B3? Für die Bildqualität hat das erstmal keinen großen Einfluss bzw. gar keinen Einfluss, da das WBE-Panel hier dementsprechend angesteuert wird. Und selbst wenn er ein OLED-X-Panel hätte, würde er die gleiche Bildqualität liefern. Zwischen WBE und OLED-X liegt sowieso nur der große Unterschied, dass OLED-X 10% energieeffizienter ist. Das heißt, wenn der AG-B3 jetzt ein OLED-X-Panel verwenden würde, würde er 10% weniger Strom verbrauchen. Was mich hier nur ein bisschen verwundert ist, dass AG das an sich macht, dass hier ein Evo-Panel, WBE-Panel verbaut wird. Das hat auf mich ein bisschen die Wirkung, dass hier eine Resteverwertung durchgeführt wird. Und das hat natürlich dann letztendlich den Schluss, dass es durchaus sein kann, dass man eine AG-B3 mit einem WBE und mit einem OLED-X-Panel kaufen kann. Dass man hier wieder diese Panel-Lotterie hat. Für den Käufer hat das letztendlich jetzt keinen großen Einfluss, da wir ja keinen großen Unterschied haben, was die Bildqualität angeht, nur was den Stromverbrauch angeht. Ich finde es nur ein bisschen kurios, dass AG-Elektronix dies hier tatsächlich durchführt und dass hier ein WBE-Panel verbaut wird. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass ich das euch jetzt einfach mal mitteile in diesem Video, um einfach klarzustellen, der AG-B3 hat kein OLED-X-Panel ausschließlich. Bevor das Video weitergeht, habe ich ein kleines Anliegen eigener Sache. Und zwar, wenn ihr meinen Kanal, meine Videos und meinen Content richtig geil findet und euch schon gefragt habt, wie ihr mich irgendwie unterstützen könnt, habe ich hier für euch die Lösung. Und zwar findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zu meiner Kaffeekasse, zu meiner Tipi-Stream-Seite. Dort habt ihr die Möglichkeit, ohne Anmeldung oder Hinterlegen von Account-Daten mir eine kleine Unterstützung darzulassen. Ich danke euch auf jeden Fall für euren Support und wünsche euch nun weiterhin viel Spaß mit diesem Video. Okay, das dazu. Nun habe ich noch eine Sache, die ich mit euch besprechen möchte, bevor das große Review-Video zum AG-B3 erscheint. Und zwar geht es um das Thema Auto-Static-Bereitnis-Limiter. Allgemein ist ja bekannt, dass die LG OLED-TVs aus dem Jahr 2023 das Problem mit dem Auto-Static-Bereitnis-Limiter nicht mehr aufweisen. Und dass LG das zu Beginn des Jahres mit dem großen Firmware-Update beim LG C3 und G3 gefixt hat. Früher war es ja so, dass LG OLED-TVs dazu geneigt haben, bei komplexen HD-Inhalten, wo HD-Inhalten keine große Kontrastwechsel aufgewiesen haben, dazu geneigt haben, das Bild stark abzudunkeln, da sie geglaubt haben, es handelte sich um einen statischen Bildinhalt, um das Panel vor Burn-In zu schützen. Das hat natürlich dann immer für große Ernüchterung gesorgt, wenn man komplexe HD-Inhalte geschaut hat, dass das Bild dann sehr dunkel wurde und man eigentlich nichts mehr erkannt hat. Und das hat natürlich dann als AG das für den C3 und G3 gefixt hat, natürlich für große Freude gesorgt, dass das Problem endlich aus der Welt geschafft ist. Und beim LG B3, naja, da bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass das Problem auch gefixt wurde. Naja, falsch gedacht. Als ich den Autostatic Brightness Limiter Test bei meinem LG B3 durchgeführt habe, habe ich festgestellt, dass das Problem nicht aus der Welt geschafft ist und er sich exakt genauso verhält wie die Generationen 2022, 2021 und älter. Hier ist es wirklich so, wenn der LG B3 komplexe HD-Inhalte darstellt, ohne großen Kontrastwechsel, dass er da ganz stark abdunkelt und haushoch gegen den LG C3 und G3 verliert. Hier habe ich es verglichen mit dem LG G3 und ihr seht auch ziemlich deutlich in dem Bildmaterial, dass der LG B3 hier komplett abdunkelt. Er könnte natürlich das heller darstellen, das wäre technisch kein Problem, aber die Software macht es hier dementsprechend nicht mit. Für mich ist das eine sehr kritische Sache und das reißt eine riesige Kluft, was die HDR-Darstellung angeht, zwischen LG B3 und C3. Der Preisunterschied zwischen diesen beiden Fernsehern ist sowieso sehr knapp und letztens haben sie nur gut 50 Euro Unterschied gehabt im Preis und da ist der LG C3, was diese Darstellung angeht, haushoch überlegen. Und daher würde ich hier schon sagen, das ist eine sehr kritische Sache und das sollte man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Ich hoffe, dass LG das noch fixen wird mit einem Firmware-Update und bei der B-Reihe sind sie ja durchaus dafür bekannt, dass das ein bisschen länger dauert. Aber ich hoffe einfach, dass LG das hier noch nachreichen wird mit dem Firmware-Update, dass der Autostatic-Bereitnissimeter hier gefixt wird. Ansonsten ist das eine sehr, sehr kritische Sache und vor allem äußerst ärgerlich. Ja, in diesem Video haben wir festgestellt, dass nicht davon auszugehen ist, dass der LG B3 ein OLED-X-Panel verwendet, sondern man hier wieder eine Panel-Lotterie hat. Natürlich ist das jetzt nicht so weiter kritisch, da kein großer Bildqualitativer Unterschied sein wird. Dennoch ist das etwas, was ich euch hier in diesem Video definitiv mitteilen wollte. Und ich habe euch hier in diesem Video mitgeteilt, dass der LG B3 das Autostatic-Brightness-Limiter-Problem weiterhin hat, dass das nicht gefixt wurde und dass das natürlich eine ganz große Sache ist, die man hier beachten sollte, wenn man sich den LG B3 kauft im Vergleich zum LG C3. Das ist eine Sache, da muss ich wirklich sagen, das ist ein qualitativer Unterschied wie Tag und Nacht. Auf jeden Fall war es mir wichtig, das euch jetzt hier in diesem Video mal mitzuteilen, bevor das große Review-Video kommt. Im großen Review-Video werde ich sehr viele Details zum LG B3 präsentieren, ganz detaillierte Testergebnisse und euch präsentieren, wo sich der LG B3 so rein leistungstechnisch positioniert. Ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall meinen Kanal kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne, ohne Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut! Macht es gut!